Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1616 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Unsere Bestellungen sind eingetroffen. Wir werden gleich alles auspacken. Unsere Bestellungen sind eingetroffen. Wir werden gleich alles auspacken. Unsere Bestellungen sind eingetroffen. Wir werden gleich alles auspacken. Kannst du dich noch an dieses Telefon erinnern? Kann man damit heute noch telefonieren? Kann man damit heute noch telefonieren? Kannst du dich noch an dieses Telefon erinnern? Kann man damit heute noch telefonieren? Seitdem die Heizung abgestellt ist, friert auch der Hund. Deshalb habe ich ihm eine warme Decke gegeben. Seitdem die Heizung abgestellt ist, friert auch der Hund. Deshalb habe ich ihm eine warme Decke gegeben. Seitdem die Heizung abgestellt ist, friert auch der Hund. Deshalb habe ich ihm eine warme Decke gegeben. Ich bin enttäuscht. Das bestellte Produkt ist während des Transports zerbrochen. Wir sitzen hier schon mehrere Stunden und haben noch keinen einzigen Fisch gefangen. Wir sitzen hier schon mehrere Stunden und haben noch keinen einzigen Fisch gefangen. Wir sitzen hier schon mehrere Stunden und haben noch keinen einzigen Fisch gefangen. Bettina wählt die Farbe, die ihr am besten gefällt, aber ganz sicher ist sie sich nicht. Bettina wählt die Farbe, die ihr am besten gefällt, aber ganz sicher ist sie sich nicht. Dieses Kleid habe ich für mich persönlich hergestellt. Ich habe Schuhe in der gleichen Farbe. Dieses Kleid habe ich für mich persönlich hergestellt. Ich habe Schuhe in der gleichen Farbe. Dieses Kleid habe ich für mich persönlich hergestellt. Ich habe Schuhe in der gleichen Farbe. Während ich auf dich warte, lese ich ein weiteres Kapitel in meinem Buch. Während ich auf dich warte, lese ich ein weiteres Kapitel in meinem Buch. Während ich auf dich warte, lese ich ein weiteres Kapitel in meinem Buch. Danke, dass du die Bücher für mich aus der Bibliothek geholt hast. Morgen beginne ich dann mit der Recherche. Ich baue Heilkräuter an und mache daraus Tinkturen. Ich baue Heilkräuter an und mache daraus Tinkturen. Ich baue Heilkräuter an und mache daraus Tinkturen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Danke für den Kaffee. Alle hier kümmern sich sehr gut um mich. Danke für den Kaffee. Alle hier kümmern sich sehr gut um mich. Danke für den Kaffee. Alle hier kümmern sich sehr gut um mich. Auch diese Woche haben alle Mitarbeiter des Krankenhauses gute Arbeit geleistet. Auch diese Woche haben alle Mitarbeiter des Krankenhauses gute Arbeit geleistet. Kommst du gut mit deinen Schularbeiten zurecht? Kann ich dir dabei helfen? Vielleicht bin ich nächstes Jahr wieder in Amerika. Ich habe mich zum Studium an einer Universität beworben. Vielleicht bin ich nächstes Jahr wieder in Amerika. Ich habe mich zum Studium an einer Universität beworben. Ich wusste nicht, dass es in der Nähe des Eiffelturms eine so große Wiese gibt. Wir sind schon früh am Morgen zu unserer Bergwanderung aufgebrochen. Verrate mich nicht, ich sollte eigentlich längst am Arbeitsplatz sein. Verrate mich nicht, ich sollte eigentlich längst am Arbeitsplatz sein. Wie lange dauert es, bis der Abschleppwagen hier ist? Wie lange dauert es, bis der Abschleppwagen hier ist? Wie lange dauert es, bis der Abschleppwagen hier ist? Das Perlenarmband ist aus dem Nachlass meiner Großmutter. Die Fabrik wurde schon vor Jahren verlassen. Früher haben wir Filme auf Videokassetten aufgenommen. Es gab verschiedene Formate. Früher haben wir Filme auf Videokassetten aufgenommen. Es gab verschiedene Formate. Früher haben wir Filme auf Videokassetten aufgenommen. Es gab verschiedene Formate. Verschiedene Zutaten für unser Gericht befinden sich auf Holzlöffeln. Verschiedene Zutaten für unser Gericht befinden sich auf Holzlöffeln. Verschiedene Zutaten für unser Gericht befinden sich auf Holzlöffeln. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.